Der Podcast des Roman Herzog-Instituts. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Tina Mayer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist. Das Wichtigste, was ich für mich gelernt habe, ist immer zu schauen, dass man verschiedene Blickwinkel hat. Das Schöne an Star Trek ist, dass es sehr wissenschaftlich versucht, die Welt zu erklären und Probleme des Alltags, wie auch der Philosophie, versucht in ein Szenario zu tun, bei dem es immer eine positive Lösung gibt, ein sehr positives Bild der Menschheit. Talent braucht Freiräume und Talent braucht andere Perspektiven. Mein Name ist Tina Mayer-Schneider und ich hoste den Podcast aus dem Roman Herzog-Institut. Mit diesem Podcast wollen wir Menschen porträtieren, die in Deutschland etwas bewegen und Dinge nach vorne bringen. Heute ist bei mir zu Gast Damian Bord. Damian Bord ist Professor für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen, Direktor am Institut für Informatik an der Universität St. Gallen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Damian Bord. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Ganz hoch gegriffen. Die FAZ nennt Sie Mr. KI und Ihre Kollegen sagen, wenn man was von Ihnen liest, Sie sind ein KI-Mastermind. Was löst das in Ihnen aus, wenn Sie sowas hören? Ja, das war eine schöne Geschichte. Also Mr. Deep Learning oder Mr. KI, da promoviert man vier Jahre und dann wird nun Mr. genannt. Das war dann der Running Gag bei uns am Institut. Nein, das ist sehr schön. Ja, schön, dass ich da reinfalle. Also nicht Doktor, sondern Mr. wurden Sie erst mal genannt. Genau. Hat die FAZ etwas falsch verstanden? Nein, ich glaube, das war sehr, sehr angenehm gedacht. Man muss ja überlegen, zu welcher Zeit das war. Es war 2016, 15, 16. Das war ja relativ jung in der Zeit, wo die moderne künstliche Intelligenz ihre Renaissance erfahren hat. Und deswegen war das sehr schön, dass man diese Technologie aus der USA dann quasi so nach Deutschland reingebracht hat und dann auch die breite Öffentlichkeit das Interesse auch gern dafür hatte. Jetzt muss ich nachfragen. Die künstliche Intelligenz, ihre Renaissance gehabt. Das heißt, da war zwischendrin mal Pause? Oh ja, die künstliche Intelligenz oder die Idee, Maschinen zu bauen, die so sind wie wir, ist schon relativ alt seit den 50er Jahren. Und es gab immer wieder Höhen und Tiefen und die Tiefen hat man KI-Winter genannt. Und da gab es ein paar von denen. Jetzt auch nochmal nachgefragt für jeden anderen, der sich die Frage stellt, wenn er uns zuhört. Was ist denn die einfachste Definition von künstlicher Intelligenz, die Sie uns mit auf den Weg geben können? Die einfachste Definition, die ich sehr gerne mag, ist einer Maschine die Fähigkeit zu geben, ein Bewusstsein und eine Intelligenz zu entwickeln, wie wir Menschen sie bei uns und unseren Mitmenschen erfahren. Informatik-Professor, wenn ich mich so im privaten Umfeld bei den Jugendlichen umhöre, dann sagen die immer, oh, unser Informatiklehrer, da wurde, glaube ich, gelost und der Arme, den es getroffen hat, der soll das jetzt mit uns machen. In deutschen Schulen scheint es noch nicht so angekommen zu sein. Wie war das denn bei Ihnen? War Ihnen das klar, dass das eine Richtung ist, die Sie interessiert, als Sie so 13, 14 waren? Also als ich 13, 14 war, das ist schon so lange her, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe immer schon eine Vorliebe gehabt für die Physik und ich hätte auch Physik studiert in Heidelberg, wollte mich dann auch entsprechend einschreiben. Dann hat die Wehrpflicht mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin in diesem Sinne in meiner Planung ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich dann ein freies Jahr hatte, weil die Wehrpflicht mich entsprechend als dritten Sohn, obwohl ich zweiter Sohn bin, war ich dann nicht mehr wehrpflichtfähig. Und hatte plötzlich ein Jahr mehr Zeit. Und dann bin ich durch einen Freund, Marco Schreier, auf die Informatik gekommen und habe mich über einen Zeitungsartikel quasi auf eine Messe begeben und dort dann entsprechend eine Informatikausbildung gesehen im dualen System und mich beworben. Es war also in diesem Sinne ein Zufall, dass ich hier bin. Einer von vielen, wenn man das sich so in den letzten Jahren anschaut. Aber eigentlich hätte ich ab 14, 15 eher in die Physik gehen sollen. Und die Kosmonologie, die hat mich immer schon begeistert. Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Wie war das denn dann zu Hause? Kosmologie, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Das sind ja ganz existenzielle Themen. Haben Sie in Ihrer Familie darüber gesprochen? In der Familie eher weniger. Also bei uns, wir waren sehr technisch in diesem Sinne, weniger in der Theorie. Aber ich glaube, ich habe meine Vorliebe für diese physikalischen Themen, die im Kosmos stattfinden, ja ein bisschen aus meiner Leidenschaft für die Science Fiction abgeleitet. Und ich hatte immer wieder den einen oder anderen Freund im Freundeskreis, der auch Interesse gezeigt hat. Und ich glaube, das hat sich dann so entwickelt. Leidenschaft für Science Fiction. Was bewegt Sie da? Naja, es gibt ja verschiedene, in der Science Fiction verschiedene Szenarien. Es gibt ja so die zwei großen, das ist einmal Star Wars und das andere Star Trek. Und ich bin ein leidenschaftlicher Fan von Star Trek, also allen Instanzen dieses Franchise. Das Schöne an Star Trek ist, dass es sehr wissenschaftlich versucht, die Welt zu erklären. Und Probleme des Alltags, wie auch der Philosophie, versucht in ein Szenario zu tun, bei dem es immer eine positive Lösung gibt. Ein sehr positives Bild der Menschheit und ein sehr positives Bild der Zukunft bei all den Gefahren, die trotzdem stattfinden. Es hat mich immer motiviert, dass die Wissenschaft dort in dieser Hinsicht immer eine Lösung finden kann, obwohl es nicht immer einfach ist. Aber es gibt immer dieses Gefühl, dass es einen Ausweg gibt aus den ganzen Situationen. Unter Trekkies gibt es ja in den Foren manchmal diese Diskussion über die Kommunikation, diese Dreierteams. Ist Ihnen das früher auch schon aufgefallen? Ja, das habe ich eigentlich nie so wirklich wahrgenommen. Nur mein Bruder, Waldemar Bord, hat mir dann irgendwann mal gesagt, Damian, hast du nie gemerkt, dass wenn sie irgendwas erklären, dass es immer diese Dreierkombinationen gibt? Also der eine sagt dann irgendwas total wissenschaftlich Kompliziertes. Zum Beispiel, ah, dort haben wir einen Tachionenstrahl, den könnten wir nutzen, um das Raumzeitkontinuum zu ändern. Dann sagt der zweite, ah, dann könnten wir wirklich in die Vergangenheit reisen und das Ganze reparieren. Das ist dann der Kontext, die zweite Person. Und der dritte, der steht immer nebendran und sagt, ah, das ist wie so ein Staubsauger, der saugt das auf und bringt es nach hinten. Und die dritte Person ist dann immer diejenige, die versucht, das nochmal sehr simplifiziert im Kontext der ersten zwei Personen darzustellen, in der Hoffnung, dass dann auch wirklich es bei jedem ankommt und die Idee auch verstanden ist. Denn das ist dann sehr wichtig für die restliche Folge. Am Roman Herzog-Institut haben wir als Auftrag ja mit unserer Arbeit, Wissenschaft auch aus dem Elfenbeinturm herauszubringen, Forschung so zu übersetzen, dass sie auch jeder nachvollziehen kann. Also bräuchte es überall so einen Dritten im Bunde, der nochmal versucht, das, was die Wissenschaft herausgefunden hat, gut allgemein verständlich zu formulieren, damit jeder mitgehen kann? Ja, es hängt immer vom Kontext ab. Also erstmal bedingt es einer vierten Person bei dieser Dreierkonstellation, das ist der Zuschauer, der ein Interesse hat, zuzuhören. Das ist an sich gegeben bei einer Folge. In der Wissenschaftskommunikation ist das nicht immer der Fall. In dem Bereich der künstlichen Intelligenz haben wir das Glück, dass das Interesse da ist und die Menschen wissbegierig sind, was das Gebiet angeht. Das heißt, wir haben also diese Grundannahme, dass das Interesse da ist. Auf der anderen Seite müssen wir immer als Wissenschaftler den Raum navigieren, wie weit wir ins Detail gehen und wie weit wir uns abstrakt halten können. Wir dürfen nicht zu simple Erklärungen liefern. Dann würden wir unsere Wissenschaft irgendwie nicht die Tiefe und das zurückzahlen, was sie eigentlich ist. Eine Beschreibung der Realität, die sehr genau sein soll. Das heißt, wir müssen diesen Raum navigieren, wie abstrakt darf ich sein, wie allgemein, üblich darf ich das erklären, aber so, dass es nicht zu weit weg ist, dass es die Wissenschaft und die Erkenntnis, die aus dieser Wissenschaft abgeleitet wird, verfälscht. Und das ist natürlich ein Spagat. Und wenn man dann aber einen Menschen hat, der Interesse auf der anderen Seite zeigt, dann kann man sich herantasten und kann dort die verschiedenen Abstraktionsebenen ausprobieren, bis man wirklich dann in den technischen Terminologiebereich ist, bei dem es dann vielleicht sehr schwierig ist. Aber jeder Wissenschaftler meiner Meinung nach sollte die Fähigkeit oder auch den Wunsch haben, so zu simplifizieren, dass es ankommt, auch unter dem Gesichtspunkt, dass man vielleicht das wichtige Detail, das einen wirklich lieb ist, dann irgendwie verliert im Hinblick auf, dass man es eventuell nachher vielleicht im Detail erklären kann. Eins Ihrer Forschungsprojekte ist Vocally Use. Das ist ja was, vielleicht wollen Sie uns kurz erklären, worum es geht, denn ich denke, das ist doch ein Projekt, wo das, was Sie eben gesagt haben, nämlich, dass mit künstlicher Intelligenz eben ein breiteres Publikum in der Öffentlichkeit interessiert und begeistert werden kann. Gleichzeitig aber so eine Gratwanderung ist zu, wie viel muss ich informieren, weil meine Forschung auch tatsächlich vielleicht Ängste schürt. Worum geht es da genau? Vocally Use ist ein Projekt, das wir 2020 angefangen haben und 2022, 2021 quasi beendet haben. Das Ziel war wirklich, automatisiert Podcasts zu generieren, quasi eine Maschine zu bauen, ein neuronales Netz, das auf Knopfdruck einen geschriebenen Text in eine Audio, in eine Sprachvariante oder Sprachausgabe automatisiert erzeugen kann. Das heißt, wir können irgendwas hinschreiben und dann entsprechend das Audio, die Sprache erzeugen. Und der Clou dabei war, dass das in der Stimme der Person passiert. Das heißt, nicht in einer allgemeinen Stimme, die immer wieder dieselbe ist, sondern wir haben wirklich Stimmen von Personen trainiert. Zum Beispiel könnten wir Tina, deine Stimme trainieren oder auch meine Stimme. Wir haben uns natürlich die Idee gemacht, verschiedene Stimmen zu trainieren, unter anderem auch die Stimme von Angela Merkel, weil es Inhalte gibt, die auf ihrer Webseite im Kanzleramt damals sehr viele Podcasts gemacht haben. Das konnten wir dann als Trainingsmaterial verwenden. Und das resultierende neuronale Netz konnten wir dann verwenden, um Frau Merkel alles sagen zu lassen, was wir uns ausdenken. Das hat natürlich die Implikation, dass es sehr schnell in einen sogenannten Deepfake münden kann. Und deswegen auch sehr wichtig, dass man dort diese Methoden dann so baut, dass sie mit einer Verifikation ausgestattet sind. Das Schöne war wirklich, also Stimme ist etwas sehr, sehr Persönliches. Ich finde auch sehr persönlicher als ein Gesicht zum Beispiel. Denn das Gesicht kann man ja relativ einfach verändern, die Stimme aber nicht so einfach. In diesem Sinne ist das Projekt an sich etwas gewesen, das auch Identität entfremden kann. Und das mag manchmal gut sein, wenn man zum Beispiel diese Podcasts generieren möchte, ohne den Kostenaufwand zu haben, den man normalerweise hätte. Auf der anderen Seite kann das zu einem Deepfake führen. Ein paar Folgen von meinem Podcast gibt es ja schon. Lass mich mal sagen, zehn. Reicht das schon, um die KI zu trainieren? Ich glaube, wenn wir die Originaldaten hätten, könnten wir das machen. Da muss man immer schauen, wie viele Stunden haben wir und wie viele verschiedene Arten von Themen, also wie breit ist die Sprache. Das heißt, das würde auf jeden Fall gehen, ja. Ah, dann schauen wir mal. Vielleicht können wir ja mal eine KI-Podcast-Folge zusammen machen und nächstes Jahr in den Äther schicken. Das fände ich total spannend. Sehr gerne. Jetzt haben wir gehört, mit dem Bruder zusammen gerne auch mal als Trekkies das Star-Trek-Universum verfolgt. War das so, dass sich die Geschwister alle technisch interessiert sind, die Eltern auch? Vom Werdegang so ein Akademikerhaushalt, wo man sich vorgestellt hat, ja, meine Söhne sollen eigentlich auch schon studieren und in die Wissenschaft gehen? Genau, also bei mir war es so, also ich muss kurz zu Waldemar sagen, er ist kein Trekkie-Fan. Er hat, das ist auch ganz interessant, ich habe ja angefangen in der KI in dem Bereich des Bildverstehens und des Videoverstehens. Also wirklich Inhalte aus Videos und Bildern zu ziehen. Er ist auf der anderen Seite, er erzeugt Videos, also er ist Motion Designer und arbeitet quasi auf der Seite, um diese Inhalte zu generieren. Deswegen haben wir dort eine sehr interessante, sagen wir mal, Beziehung, wo ich etwas aus seinen Inhalten extrahiere und er erzeugt das. Was aber die erste Frage angeht, also wir sind ja, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, sind wir aus Schlesien ja quasi ausgewandert. Ich bin ja in Polen geboren, Schlesien, das ist der Bereich, der im Zweiten Weltkrieg dann von Deutschland nach Polen übergeben wurde, in Oppeln. Und wir sind dann mit meinen Eltern 1988, ein Jahr vor dem Fall der Mauer, ausgewandert, geflohen, das war ja quasi verboten. Und meine Eltern sind in ihren 30ern, mein Vater mit meiner Mutter, drei Söhnen und einem Auto, was man so alles mitnehmen konnte, nach Deutschland gekommen und haben ein neues Leben angefangen. Überraschenderweise, mein Vater ist in dem Alter nach Deutschland gekommen, als ich quasi aus Deutschland in die Schweiz ausgewandert bin. Natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen und ich muss sagen, sehr mutig, das ist mir erst kürzlich bewusst geworden, wie mutig das ist, quasi von Null anzufangen, ohne diese Sicherheit zu haben, die ich gehabt habe, als ich dann in die Schweiz bin, mit einem Ordinariat, einer Lehrstuhl an einer Universität und natürlich der Verantwortung für die Familie, drei Kinder, eine Ehefrau und meine Mutter. Das heißt, wir haben dort angefangen und ich bin in die Schule gekommen mit meinem jüngeren Bruder, ein Jahr nur Unterschied, also wir sind in dieselbe Klasse gekommen, in die erste Klasse, wir waren in Köln und ich konnte kein Wort Deutsch sprechen. Und habe quasi angefangen, quasi in der ersten Klasse lesen und schreiben zu lernen, ohne die Sprache, also mit, mit, quasi parallel mit der Sprache kennenzulernen. Und dann haben wir angefangen, natürlich, wir sind dann nach Mannheim, Heidelberg und dort natürlich dann die Grundschule, meine Eltern Handwerker, meine Mutter Buchhalterin gewesen, dann in die Altenpflege. Und das war in diesem Sinne, Ausbildung oder Schule war immer wichtig, aber es war nicht so dieses, ja, ihr müsst unbedingt studieren, unbedingt das Gymnasium machen. Ich habe aber einen Großvater gehabt, Paul Jane, er ist leider gestorben und er hat immer gesagt, Junge, du musst immer weiter lernen, immer lernen, immer lernen. Er hat immer Fortbildungen gemacht und er hat angefangen, als die ersten mechanischen Rechenmaschinen da waren, hat er mechanisch quasi sie programmiert. Also mit ganz kleinen Geräten, dann die ganzen Zahnräder so eingeteilt, dass jetzt die neue, die neue Mehrwertsteuer dann entsprechend in dieser Mechanik drin war. Ich musste jedes Jahr dann ein Update geben, wenn dann sich was verändert hat. Und er hat immer gesagt, immer Fortbildungen gemacht. Und das habe ich dann quasi auch unter anderem von ihm dann, dass es immer wichtig war, weiter sein Wissen zu erweitern. Ich habe aber immer parallel gewusst, dass das Leben und entsprechend auch ein Grundbedarf oder ein Grundbedürfnis an ein Einkommen hat. Deswegen war für mich dann, als ich dann innerhalb meines Studiums angefangen habe zu studieren, das Geldverdienen immer sehr, sehr wichtig. Ich wollte immer Geld verdienen, habe mit 14, 15 angefangen an einem Nebenjob an einer Tankstelle. Bis heute sage ich mal, das beste Job, den ich hatte bis jetzt. Und habe ich von meinem Bruder quasi bekommen, Arthur Bord, der hat mir den organisiert. Und dann habe ich dort angefangen, draußen im Lager Regale einzuräumen, draußen sauber zu machen. Habe auch Karriere gemacht, bis ich dann 18, 19 war. Also von draußen dann an die Kasse bis hin dann quasi zur Vertretung des Pächters, wo ich dann verantwortlich war für die gesamte Tankstelle. Und das war immer sehr schön, weil ich habe immer die Abendschichten gemacht von 18 bis 24 Uhr. Da ist man quasi um 1 Uhr nachts zu Hause gewesen. So ab 10 war da nichts los. Da konnte man seinen Gedanken freien Lauf lassen. Sehr viele verschiedene Menschen an der Tankstelle kennengelernt. Das war immer für mich so ein bisschen wie ein Studienfeld von verschiedenen Persönlichkeiten, die da immer kommen. Bin dann natürlich immer, 12 Uhr haben wir das zugemacht. Um 1 war ich dann zu Hause und am nächsten Tag um 5 aufstehen, weil ich dann immer zur Schule musste. Und das war in Mannheim, Oberstufe. Und da waren die Lehrer natürlich nicht zufrieden. Ja, das ist nicht gut für die Kinder und so. Und da hatte ich auch die Diskussion. Aber es hat funktioniert. Ich habe relativ früh Verantwortung übernehmen müssen oder übernehmen dürfen. Und ich habe die Zeit gehabt zu lesen, mir Gedanken zu machen, mit den Menschen zu sprechen. Das war sehr schön. Und was die Lehrer angeht, dort habe ich natürlich dann auch argumentieren können, warum das so gut ist und warum das doch positiv ist. Und ja, es hat geklappt. Haben die Lehrer auch bei Ihnen getankt? Nein, das war dann zu weit weg. Das war quasi in Brühl und das war in Mannheim. Aber gerade, ich hatte zwei Lehrer in der Oberstufe, Gerhard Blatt und Herr Schnell, Rainer Schnell. Und das muss ich auch sagen, wenn man sich überlegt, Gerhard Blatt war Mathematiklehrer. Er war ein wunderbarer Mathematiklehrer, ist jetzt pensioniert und Rainer Schnell. Der hat das Gestaltungsfach Medientechnik gemacht. Das war in Baden-Württemberg so ein Profilbereich ganz neu und wir durften dann plötzlich gestalten. Wir durften mit Photoshop Sachen malen. Wir durften plötzlich die Theorie der Gestaltung lernen. Und dort habe ich so zum ersten Mal die Berührungspunkte gehabt mit Bildmaterial. Was ist denn ein Bild? Eine Anzahl von Pixeln etc. Und das hat wohl mich sehr geprägt auf dem Weg. Und wenn ich mir das so überlege, war das quasi so der Nukleus, wo ich die Mathematik ja verheiraten konnte mit dieser gestalterischen Komponente. Nur eben in dem Bereich, dass ich jetzt Inhalte analysiere und versuche über die Mathematik aus der Gestaltung Sachen herauszuziehen. Als den generativen, also gestalterischen Prozess dann etwa zu durchleben zu machen. Was mich jetzt nochmal total interessiert, ist, Sie sprechen ganz angetan immer von Ihren Lehrern. Also mit wirklich, wenn ich Ihnen zuhöre, mit so einer Wärme auch in der Stimme. Das waren schon wichtige Wegbegleiter. Sie wissen noch, die Namen haben die Sie auch immer motiviert weiterzumachen. Ja, das sind ja sehr wichtige Personen, also für mich gewesen. Ich nehme immer an, dass es dann für andere auch immer wichtige Personen sind. Und man hat ja eine Verantwortung als Lehrer. Und manche sind da sehr motiviert, manche sind weniger motiviert. Und ich bin den sehr motivierten Lehrern immer sehr dankbar. Denn ich habe irgendwie nie am Anfang gedacht, ich werde jetzt Forscher im Bereich der KI. Das ist ja wie so ein gesteuerter Zufall. Ich nenne es immer eine braunische Bewegung, wie sie in der Elektrizität oder Physik ist. Also die Teilchen in einen Leiter, in einen Stromleiter, die bewegen sich ja nicht geradlinig, sondern die stoßen immer an die Banden. Und durch das viele Anstoßen kommt dann so eine geradlinige Bewegung zustande und es erscheint, als ob das immer ein Ziel hat. Aber im Grunde ist das ein Aneinanderstoßen von der linken und rechten Bande. Und wenn das sehr oft passiert, dann kommt man dann gerade voran. Und bei mir war das immer schon im Leben, dass diese Persönlichkeit, nicht nur Lehrer, also meine Eltern, meine Großeltern, auch Freunde, immer dann mich vielleicht in die eine oder andere Richtung ein bisschen gestoßen haben, die mich dann zum nächsten Punkt gebracht hat, wo ich wieder gestoßen wurde. Und in diesem Sinne bin ich auch dort gelandet, wo ich bin. Und es ist eigentlich ein Zufall, der aber wahrscheinlich dann auch irgendwie von mir wahrgenommen wurde. Und das bringt aber im Nachhinein aber auch so eine, man muss ja sagen, wenn das öfters passiert, dann hat man auch so eine, oder ich habe so ein Gefühl der Grundsicherheit, dass es immer klappen wird, auch in den schwierigen Situationen. Und die sind ja auch da, wo man sich dann überlegt, okay, was mache ich als nächstes? Ich hatte ja einmal immer einen Werdegang, weil ich ja, war ich zwei Jahre in Taiwan und habe für Daimler Chrysler gearbeitet, weit weg von zu Hause, habe dort Software entwickelt, Trainingsmanagement-System für ganz Südostasien, dann habe ich was fertig entwickelt und dann habe ich mir überlegt, okay, was soll als nächstes kommen? So, was mache ich denn jetzt? Will ich nochmal zwei Jahre ein anderes Projekt managen oder entwickeln? Und dann nochmal zwei Jahre, ich meine, das ist ja irgendwie so eine Schleife und da habe ich wirklich viel nachgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich dann wieder zurück in die Akademie möchte und habe dann entsprechend mich beworben für noch einen Master. Meine erste Ausbildung war ja quasi Diplomingenieur für Informationstechnologie, dann habe ich dann wirklich Informatik im Kern machen wollen, habe mich dann überall beworben, war zwei Jahre quasi aus der universitären Landschaft heraus und habe dann Zusagen bekommen in UK, in Aachen, in Karlsruhe, aber auch Absagen, die sind immer ganz hart und dann zum Beispiel habe ich eine Absage bekommen für das Masterprogramm an der Universität Kaiserslautern. An der Uni Kaiserslautern habe ich dann die Absage bekommen, ich habe ja ein duales Studium gemacht in Mannheim und das wurde in Rheinland-Pfalz nicht anerkannt. Und dann haben sie gesagt, für das Masterprogramm habe ich keine Qualifikation. Ich habe mich aber parallel für das Promotionsprogramm an der Technischen Universität Kaiserslautern beworben und dort wurde ich dann angenommen. Und das ist, da habe ich auch wieder etwas, das habe ich dann den Professor Klaus Matlener zu verdanken. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich bin dann angekommen als junger Mensch da zum Präsentieren. Dann kommt man in diesen ganz kleinen Raum, drei Reihen an Tischen und da waren so zehn Professoren. Ich so, boah, keine Ahnung, ich komme da in diesen Raum rein, bin mit dem Rücken zur Wand, soll präsentieren. Dann fragt mich der Klaus Matlener, ob ich einen Laserpointer brauche. Und ich stehe mit dem Rücken zur Wand und das ist alles in greifbarer Reichweite. Und ich denke so, nee, ich glaube einen Laserpointer brauche ich nicht. Also ich habe wirklich gespürt, wie sie quasi dort Ganzen haben mit dem Rücken zur Wand. Und dann habe ich präsentiert und da hat man auch so ein bisschen Glück gehabt und auch mit ein bisschen so einer vielleicht Naivität, wo man dann da reingeht und dann auch Fragen beantwortet, obwohl man vielleicht doch nicht die technische Tiefe hat. Und dann steht man da und nach dem Gespräch hat man dann quasi das Feedback und dann sagt der Klaus Matlener, ja, Herr Bord, wir wissen ja, Sie haben ja nicht die theoretischen Grundlagen. Und ich denke mir so, ja, dann sag doch, okay, ist gut und dann kann ich nach Hause gehen. Dann ist die Sache erledigt. Aber dann sagt er, ja, aber wir glauben, Sie haben das Potenzial und wir würden Sie gerne annehmen zum Promotionsprogramm der TU, also im Fachbereich Informatik. Und das war für mich eine totale Überraschung, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und das war auch wieder so ein Stoß in die richtige Richtung. Es ist ja ein bisschen so Vorbereitung trifft Gelegenheit. Und ja, und dann habe ich dort natürlich angefangen, was ich ja in diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt dann nicht gewusst hatte, ist, dass ich natürlich vollkommen recht hatte. Mir haben nach den zwei Jahren die theoretischen Grundlagen gefehlt und ich habe die ganzen theoretischen Grundlagen nochmals Auflage bekommen, von Ihnen höchstpersönlich. Das war, ich glaube, ich habe, also es war wirklich das Theoretischste der Informatik, was es gibt. Und mit diesen Bereichen habe ich dann wirklich viel, viel Zeit verbracht, auch nicht alles im ersten Durchlauf geschafft, sondern auch mal durchgefallen. War immer auf der Kippe in den ersten zwei Semestern. Habe aber dann wirklich so einen Grundstock an Wissen theoretisch aufgebaut. Von dem zeige ich noch heute. Also wirklich die ganzen theoretischen Entscheidbarkeitsprobleme, Komplexität, das ist sehr nah an der KI. Und da bin ich noch sehr dankbar, dass das Vertrauen da war, dass man gesagt hat, okay, Sie müssen viel tun, aber wir glauben an Sie. Und wir haben da das gute Gefühl. Und ja, das führt, eins führt zum anderen. Und dann ist man irgendwo, wo man dann ist, mit so einem guten Gefühl, wenn wieder so eine Herausforderung dann vor einem steht, dass man das auch irgendwie schaffen wird. Also das ist das Schöne, was man, glaube ich, vielleicht Erfahrung nennt, aber vielleicht aber auch ein bisschen so ein Vertrauen, ein Selbstvertrauen, nicht im überheblichen Sinne, aber vielleicht so ein Selbstvertrauen im gemütlichen Sinne, dass man schon weiß, auch wenn man vielleicht nicht immer alles positiv sein wird, man kommt schon in die Richtung, die richtig ist. Die Neugier ist Ihnen nicht abzusprechen. Und auch individuelle Sackgassen, sagen Sie, passiert, aber es geht weiter. Und Augen auf, sich bilden, was Ihnen der Opa mitgegeben hat. Gibt es noch so einen Spruch Ihrer Mutter oder Ihres Vaters, so etwas ganz Eigentümliches, was Sie da prägt? Naja, es gibt, mein Bruder und ich machen immer ein bisschen Witze. Mein Vater ist natürlich sehr akkurat, sehr perfektionistisch. Er hat dann immer so einen Spruch, ein Handgriff und schon Fusch. Und da muss ich meiner Mutter immer danken, weil die dann immer dann kommunikativ immer versucht, dann zu moderieren. Aber das ist natürlich immer klar. Das ist ein Element, das gehört dazu. Und wenn man natürlich, ich meine, ob das ist ein Handgriff oder zehn Handgriffe, also Fehler darf man machen. Man muss sich auch vorstellen, als irgendwann mal später in der Karriere, als Doktorand oder als Postdoc und auch als Professor, hat man dann auch Verantwortung gegenüber den anderen, die ja auch irgendwie ihren Werdegang in die Hände von mir geben und dann glauben wirklich, dass das die richtige Entscheidung ist, um voranzukommen, wie auch immer das dann auch definiert ist. Man hat eine Verantwortung diesen jungen Menschen gegenüber und man muss diese Menschen auch unterstützen. Und da ist es auch so ein Spannungsfeld zwischen motivierend, unterstützend, aber auch Grenzen zeigen, denn manche brauchen auch manchmal so ein schärferes Wort, damit dann auch ein bisschen so diese, ja, nicht die ernste Lage, aber es ist, sagen wir mal in diesem Sinne etwas, das wichtig ist für den Menschen und den Werdegang und da muss auch professionell dann mit dem entsprechenden Bewusstsein das herangegangen werden und mit der entsprechenden Priorität. Und das ist so immer so ein Spannungsbogen, den man auch später dann hat, den ich jetzt auch habe, der jedes Mal anders ist bei jedem Menschen, bei jedem Doktoranden, den ich habe, bei jedem, den ich bei der Master- oder Bachelorarbeit entsprechend unterstützen durfte. Und das dann immer, das herauszufinden, dauert seine Zeit und diese Verantwortung muss man sich auch bewusst sein. Und manchmal im Eifer des Gefechts schlägt man drüber und dann muss man wieder zurückrufen. Das ist, das ist, im Endeffekt sind das doch alles Menschen. Und wir wollen, und das ist vielleicht auch ein bisschen naiv von meiner Sicht, wir haben doch, oder ich glaube immer, jeder hat ein positives Menschenbild und jeder will doch etwas Gutes tun und keiner will etwas Böses tun. In diesem Sinne kann man uns doch oder können wir uns doch alle nur helfen, oder? Das wäre jetzt fast schon ein Schlusswort. Ich möchte Sie da noch nicht rauslassen, Herr Professor Bort. Drei Punkte würde ich noch gerne mit Ihnen besprechen. Sie haben uns vorhin erzählt, Sie kommen aus Oppeln. Und in Oppeln gibt es noch einen sehr prominenten Menschen, der dort herkommt, Miro Klose. Sind Sie ihm jemals begegnet? Ich bin ihm nie begegnet, obwohl er auch in Kaiserslautern gespielt hat. Aber wir teilen eine, wir haben etwas Gemeinsames, vielleicht das Einzige, was es gibt. Wir wurden im selben Krankenhaus geboren, vielleicht nicht zur selben Zeit, aber ich sage dann immer, es gab eine bestimmte Menge an Talent für Fußball und die wurde dann von mir weggenommen und in Miro gegeben. Deswegen rede ich mir immer ein, dass er dann so erfolgreich ist. Aber das ist ein schöner Punkt, den man doch teilen kann. Aber das ist ja auch, wenn man sich so anschaut, so den Werdegang. Und ich habe, das Wichtigste, was ich für mich gelernt habe, ist immer zu schauen, dass man verschiedene Blickwinkel hat. Ich bin ja in Schlesien geboren, bin nach Deutschland gekommen. Entsprechend bin ich dann auch in der ersten Zeit, es war auch ein ganz, ganz wichtiger, prägender Moment, ins Austausch gegangen an die University of California Santa Barbara. Das war auch ein Zufall. Ich hatte eine, Ariane Breuel, oder Bauer, hatte mir ein Prospekt gegeben. Und das Prospekt von der Uni und da waren Palmen drauf. Ich habe gedacht, das wäre doch schön, wenn ich mal an der Uni könnte, wo Palmen sind. So als 21-Jähriger, der vielleicht mal ein bisschen mehr sehen will von der Welt. Dort habe ich aber zwei Professoren kennengelernt, Matthew Turk und Edward Cheng. Und die haben mir plötzlich, das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich mit KI in meinen akademischen, universitären Laufbahn berühmt gekommen bin. Matthew Turk hat immer gesagt, der war der Erste, der in einem autonomen Fahrzeug war. Und er war so stolz, er hat es fast jede Vorlesung wiederholt. Und das war auch eine Testfrage bei seinen finalen Prüfungen, aber nur Bonuspunkte. Also wer war die erste Person, die in einem autonomen Fahrzeug war. Und Edward Cheng hat dann irgendwann mal gesagt, so, ja, er hat so zwei Kumpels gehabt, als er in Stanford studiert hat. Und die haben einen Fehler gemacht, weil die haben dann das Studium aufgehört und haben ein Startup gegründet. Und er hat es richtig gemacht, er hat mich promoviert und ist Professor geworden. Und dann habe ich gefragt, was für Leute waren das? Dann hat er gesagt, ja, Sergei Brin und Larry Page, die haben dann Google gegründet. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ah, man kann mit dieser Technologie und mit diesen Themen, man kann ja Sachen bewegen, man hat einen Impact. Und nicht nur für sich, sondern für viele Menschen. Und man kann so viel Gutes tun. Das war in Santa Barbara, da bin ich zurückgekommen. Eine Weile später war ich dann auch durch einen Austausch, das war irgendwie drin bei mir, bin ich an die Columbia University nach New York zu Professor Shifu Cheng. Und das war dann, da habe ich auch gesehen, das Voranbringen hat auch Negativseiten. Also ich war dort ein halbes Jahr. Ich habe, glaube ich, in den ersten drei, vier Monaten einfach zehn Kilo abgenommen. Ich habe nur gearbeitet. Und das war sehr intensiv. Und ich habe bis zur Promotion, das war im letzten Jahr meiner Promotion, ich glaube so 20 Papiere, mehr oder weniger gut oder schlecht publiziert. Okay, da war Inhalt. Und dort habe ich wirklich, dass die erste Arbeit entwickelt, Visual Sentiment Analysis, die Impact hatte. Ich habe einen ganzen neuen Forschungsbereich aufgemacht. Also wirklich, das war eine sehr intensive Zeit für mich, aber auch eine sehr fruchtbare Zeit. Ich habe dann das Angebot gehabt, dort zu bleiben. Ich habe mich dagegen entschieden, wegen dieser intensiven Zeit, die ich dort hatte. Bin dann zurück nach Deutschland, auch wegen meiner Frau, die damals meine Freundin war, die dann mir auch die Möglichkeit gegeben hat, ins Ausland zu gehen. Und dann das dritte Mal, wo ich dann im Ausland war, war dann an der Westküste. Ich habe mir dann gedacht, okay, Ostküste habe ich erlebt, Westküste muss ich mir noch anschauen. Ja, und da bin ich genau in der Zeit, wo tiefe neuronale Netze oder das Deep Learning angefangen hat, bin ich wieder durch so einen Zufall da reingeschlittert in das Lab, also in die Gruppe einmal von Gerhard Friedland am International Computer Science Institute in Berkeley und dann von Trevor Durrell an der UC Berkeley. Der hat gerade das Thema tiefe neuronalen Netze, Deep Learning gehabt, hat das erste System oder das erste Framework gebaut in diesem Bereich, hat dort mit seinen Doktorierenden das Open Source gemacht. Und ich war da mittendrin in der spannendsten Zeit, die es im KI-Bereich gibt, in Silicon Valley und ich wusste nicht, was da passiert. Das war eine Zeit, die werde ich wahrscheinlich nie wieder haben. Und das war einfach, alles hat sich gleichzeitig gedreht und alle waren begeistert. Und es war auch nicht so, dass die Leute irgendwie elmbogenartig neidisch waren. Jeder hat gewusst, da gibt es genug Raum, um Forschung zu betreiben für alle. Und dieses Momentum, das habe ich, also mein Herz und meine Seele habe ich wahrscheinlich in Berkeley verloren. Jetzt, Myriam, meine Frau, das meine ich nicht so, wie du das jetzt vielleicht verstehen könntest, aber in diesem Sinne, das war wirklich, das zurückzubringen, also wirklich rauszugehen, Talent braucht Freiräume und Talent braucht andere Perspektiven. Nicht, dass ich Talent habe, aber ich habe ein paar sehr talentierte Masterstudenten gehabt, Tim Althoff zum Beispiel unter anderem. Und den habe ich immer versucht, dass er rausgeht, dass er ins Ausland geht. Und er ist dann ins Ausland gegangen und ich habe ihn quasi fast schon gedrängt. Und ein super talentierter Mensch. Er ist dann quasi zu Trevor nach Berkeley, hat ihn in Stanford promoviert und ist jetzt Professor Assistant Prof. an der Washington University in Seattle. Und das muss man einmal machen. Denn vielleicht hat man die Sorge und die Angst, dass man so sein bekanntes Umfeld verlässt. Hatte ich auch. Ich stand in New York am Flughafen mit zwei Koffern in den Händen und habe mir gedacht, okay, jetzt hast du ein halbes Jahr, keine Ahnung, ob die Wohnung da ist, aber schauen wir mal. Berkeley genauso. Die erste Nacht habe ich mir gedacht, okay, was hast du jetzt angestellt? Jetzt bist du ein Jahr hier. Aber das gehört dazu. Und diese Befürchtung vielleicht nicht zu haben und das trotzdem anzugehen, das macht doch Spaß. Das muss doch jeder einmal erfahren haben, finde ich. Gerade in der Akademie. Dieses Wagen und auch, wie Sie vorhin gesagt haben, dieses Vertrauen, doch, es wird schon werden. Und mir fällt dann auch schon was ein, sich mal stellen und raus in die Welt gehen. Wo, würden Sie denn sagen, finden junge Studierende heute so ein Umfeld, wie Sie das damals im Silicon Valley vorgefunden haben? Ja, ich hoffe natürlich bei uns an der Universität. Wir geben uns ganz große Mühe hier an der Universität St. Gallen, das auch so zu gestalten, dass die Menschen auch diese Erfahrung machen können. Es war natürlich schwierig in den Jahren der Pandemie. Da ist man ja nicht nur, hat man nicht die Möglichkeit gegeben oder gehabt, rauszugehen, sondern man hatte nicht mal die Möglichkeit gehabt, am Campus zu studieren und das Campusleben, die Gemeinschaft der Studierenden kennenzulernen, was sehr, sehr traurig, meiner Meinung nach, ist oder war zum Glück. Aber das ist durch die verschiedenen Programme sollte das, man muss den Menschen die Möglichkeit geben, universitär finanzielle Unterstützung. Ich habe wirklich, wie gesagt, der finanzielle Rahmen hat für mich immer eine Rolle gespielt. Ich habe glücklicherweise durch Stipendien mir das finanzieren können und die Unterstützung meiner Eltern, Baden-Württemberg-Stipendium, Deutscher Akademischer Austauschdienst und andere Stipendien, die waren immer da und haben mich unterstützt. Auch das Promotionsprogramm in Kaiserslautern wurde finanziert durch ein Stipendium der Max-Planck-Gesellschaft. Das sind Möglichkeiten, die geben doch eine Sicherheit. Also ein bisschen Sicherheit braucht man doch. Und dann kann man aber auch seinen Kopf, sagen wir mal, in dieser Hinsicht abschalten und Platz schaffen für Neues. Und das ist auch eine ganz große Verantwortung, finde ich, von Universitäten, dass sie diese Möglichkeiten auch schaffen. Nicht für jeden, aber für die, die vielleicht das dann doch nicht machen würden. Und deswegen freut mich auch sehr, einer der, eine Person, Marco Schreier, der bei mir am Lehrstudio ist, der geht jetzt in den nächsten paar Tagen für neun Monate in die USA, an die Rutgers University. Und ich hoffe, das wird eine fruchtbare Zeit. Und dass er, wenn er zurückkommt, einen ganz anderen Blickwinkel der Welt gesehen hat. Denn das ist die Akademie, das ist global. Und wir sind in diesem Kontext nicht auf irgendwelcher universitären oder nationalen Ebene im Austausch, sondern das ist eine globale Gemeinschaft. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die globale Gemeinschaft ist in Ihrer Wissenschaftsdisziplin wahrscheinlich ein bisschen weiter vorangeschritten als in anderen. Mal schauen, da würde ich später gerne mal meine anderen Gesprächspartner auch dazu befragen, wie sich dort so die Umfelder gestalten. Jetzt sind die Studenten und Studentinnen wieder zusammen, ein ganz anderes Leben. Sie tauschen sich aus. Vorhin haben wir über Science Fiction gesprochen. Was haben Ihre Studenten denn gestreamt? Oder was sind Ihre drei Must-Haves im Science Fiction Universum, die wir uns unbedingt mal ansehen sollten, falls uns noch mal ein Corona-Herbst ins Haus steht? Oh, das ist schwierig. Ich bin schon seit, glaube ich, zwei Jahren, man muss ja sagen, immer wenn ich in Urlaub fahre, dann habe ich mein Buch dabei, das ich lese. Und wahrscheinlich fahre ich viel zu selten in Urlaub, weil ich schon seit zwei Jahren an einem Buch dran bin. Hyperions Gesänge. Ein super schönes Buch, super inspirierend. Und Simons, der Autor, das kann ich empfehlen. Dann natürlich Asimov, Isaac Asimov Foundation Triologie, das ist ein super Buch. Und Stanislav Lev, Solaris, das ist Science Fiction, die fast schon poetisch ist. Sehr schöne Sprache und eine sehr gute Übersetzung. Also keine Serien, sondern alle lieber lesen und die lokale Buchhandlung unterstützen. Für die Visuellen unter uns, da gibt es auch sehr, sehr viele Inhalte, die ich empfehlen kann. Das würde aber die Zeit springen. Herr Borat, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sich so in der Vergangenheit das Akademische entwickelt hat. Aber was ist denn Ihr persönliche Sache für die Zukunft? Was treibt Sie an? Welche Gedanken tragen Sie mit sich? Na ja, wenn ich mir das überlege, ich kam ja aus der Science Fiction, die hat mich ja nicht losgelassen, da bin ich noch immer drin. Wenn ich aber mir das jetzt nach vorne anschaue, oder anders ausgedrückt, ich habe ja als Kind, als Jugendlicher immer den Traum gehabt, jetzt geht es voran, jetzt fliegen wir zum Mond, dann fliegen wir zum Mars, dann gehen wir in den Weltraum. Und eigentlich wurde unsere Generation betrogen um diese ganzen Träume, denn es ist ja nichts passiert. Wir sind zwar mit der Internationalen Weltraumstation sehr erfolgreich, haben hier und dort sehr viel getan mit den Sonden, aber irgendwie sind wir nicht auf dem Mond gelandet und auch nicht zum Mars geflogen. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, die nächsten Monate und Jahre, ich bin ganz fest überzeugt und auch begeistert und ich freue mich auf diese Zeit, dass es endlich soweit sein wird durch die ganzen Aktivitäten im Bereich der Weltraumforschung und auch des Transportes, dass Unternehmen wie Elon Musk oder das Unternehmen wie SpaceX und Elon Musk, wie auch andere, es doch vielleicht schaffen, dass wir in den Weltraum hineingehen können, zum Mond fliegen können und zum Mars und endlich diesen Traum, dass wir uns herausbegeben, doch schaffen werden. Und ich glaube, das wird sehr viele begeistern und sehr viele mitreißen und auch so einen Effekt haben, damit dort immer mehr vielleicht die Möglichkeit entsteht, außerhalb der Erde entsprechend auch zu leben, zu arbeiten und Ideen zu entwickeln. Wahnsinnig spannend. Ich nehme aus diesem Gespräch diese ungeheure Neugiere, diesen Entdeckertum von Ihnen mit. Das hat mir wahnsinnig gut getan, heute mit Ihnen darüber zu sprechen beziehungsweise da von Ihnen so viele positive Ideen, Anstöße und Impulse zu bekommen. Danke, Herr Bord. Vielen Dank. Das war der Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute habe ich mit Damian Bord gesprochen. Damian Bord können Sie auch in den RHI-Kontexten sehen. Dort wird er nicht zu seinem persönlichen Werdegang, sondern ganz vertieft über die wissenschaftliche Theorie, die Entwicklung und was vernünftige künstliche Intelligenz vielleicht sein könnte, mit dem Geschäftsführer des Roman-Herzog-Instituts, Dr. Martin Lang, sprechen. Ich freue mich, dass Sie den Podcast heute angehört haben. Wenn der Podcast Ihnen gefallen hat, lassen Sie mir gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Mayer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören? Überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!